Hiho Leute! Na alles klar bei euch? Nach einer Woche Abstinenz Abstinenz blablab Wirds mal wieder Zeit für ein Nikyo Oshabiri Parodios Oder wenn man immer das auch ausspricht Aber immerhin weiß ich jetzt wie man's schreibt Ja Ja ich wollt's ja eigentlich schon früher machen Aber ich Kam irgendwie nie dazu Arbeiten Andere Dinge erledigen Aber jetzt Mach ich's halt mal Und irgendwie hab ich's im Urin Dass wir's heute durchschaffen Also dann wollen wir mal keine Zeit verlieren Ja, Oktopus beschwert ich Oh Gott Fängt ja schonmal super an Mit sehr vielen Power-Ups Dadurch dich gleich mal verricke Shilui Die blauen Dinger sind sehr praktisch hier grade Arschloch Nicht diese blauen Dinger Maaan Ihr könnt mich alle mal Tch Shit, das hätt ja klappen können Ich will das jetzt aber machen Ich will das jetzt aber machen Das lass ich immer nur Ach komm Flat Dann nimmt man mal seit einer Woche wieder ein Video auf Und was ist? Man fällt gleich mal rum Ich muss zugeben, das ist sogar mein Erstes Spiel, das ich die Woche spiele Hüßel Huch Das schaut eher aus wie so ein stinknormaler Boss von so nem Shooter Map Ich bin überrascht Ein normaler Boss bei Parodius Uh Du schütztoutez Du schützt für schnell Du schützt davon So. Geht das? Geht das? Kann ich da unten? Ah, hätte ja klappen können. Oh, das Ding nervt. Hör auf! Lass den Scheiß! Atmen, Domi, atmen. Haha, jetzt wirst du aber mal kaputt gehen, nehm ich an. Nicht ich! Ich rede hier von dir! So, ich save hier schon wieder, wie ne Weltmeister. Aber das ist mir Salami. Irgendwie krieg ich nichts zustande. Wie immer. Toll, man muss nur stehen bleiben. Wenn ich das gewusst hätte. Lass mich allein! Lass mich allein! Lass mich allein! Schauen wir mal, ob das hier auch noch geht. Huh, 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 huh. Ja, jetzt haben wir es jetzt aber mal bald. Hey, du nervst. Danke! Ja! Chaos-Konfetti. Was immer du auch gerade gesagt hast, aber ich bin deiner Meinung. Was zum Teufel ist das für ne Musik? Was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Och Gott, ist das knuffig! Eine Anime-Nonnen-Teller-Werferin. Und sie ist ein Geist. Eine untote Anime-Nonnen-Teller-Werferin. Ui. Oh mein Gott, da muss man sich ja... Oh Gott. Uuua! Shit, Alter! Warte mal, kann ich eigentlich... Entschuldigung, wenn ich das mal so tue, aber ich möchte mal... Oder machen wir es anders. Ich verstecke mich mal hinter dir. Sehr gut, das funktioniert. Ich mag diese roten Bondage-Halsbänder nicht. Wie ging dieses Scheiß-Lied? Die mit dem roten Halsband. Oder wirklich sowas. Ich weiß nicht, wie ich jetzt ausgeknall auf das komme. Nein, 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 nicht schon wieder. Haha. Ist praktisch, dass man da hinten... ... sich verstecken kann? Jetzt macht die das schon wieder. Ich könnte mal draufgehen, das wäre ganz nett. Aber ich finde die irgendwie cool. Ich mag die. Du bist da hinten? Eine Neko? Puff. Oh. Ja, beschwer' dich. Sag mal, ist das jetzt Boss-Time? Ich glaube, ist wirklich... ... hat der da hinten noch sein Preisschild am Schwanz? Ist das schon wieder so ein Twin-Bee-Viech? Nee, nicht wirklich. Ich glaube, es ist ein Tier-Tribber. Ah. Zumindest hat es Ähnlichkeit davon. Wahrscheinlich eine Parodie. Oho. Ey, könnte niemand... Danke. Oh mein Gott ist ein Safe. Auf jeden Fall hat es einen B... ... ... Auf jeden Fall hat es einen Heiligenschein, Flügel, ist Biel und hat noch sein Preisschild an seinem Ringelschwänzchen. Und es war ziemlich einfach. Ah, den Umsassen dürfen wir auch noch klopfen. Wow. Ei, 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 ei. Uh, also seine Schüsse auszuweichen ist jetzt auch nicht gerade das Simpelste. Uiuiui, hallo? Silvester ist vorbei. Ich finde seine pinke Rüstung irgendwie cool. Das war's? So schwer warst du doch nicht. Hinfort. Tschüss. Ei, ei, ei. Noch ein Boss. Ich bin gerade so mittelgut dabei. So weit geht und leckere! Jetzt gehen wir, wir haben uns gedacht. Ah, jetzt geht's normal weiter. Huh. Da kann man ja normal durchschießen. Ah, ich liebe diesen Ripple. Wie heißt das Ding, Rumble? Ripple, glaube ich. Ah, ich bin ja. Ui! Warte! Ui! Jawoll! Toi! Ah, ich liebe es groß, so ein Fett zu sein. Dann rollst man... Überrollst man alles. Huch! Jetzt schon wieder kaputt. Oktopus? Was? Ach so! Was? Das habe ich jetzt nicht gesehen. Was zum Teufel war das? Megafon, irgendwas. Ausdruck! Das Megafon ist auch ganz witzig. Ich habe zwar keine Ahnung, was da steht, aber irgendwie mag ich's. Uh! Dafür mag ich das hier weniger. Und ich flieg lieber gleich mal selber in den Tod, bevor die mich umbringen. Das ist doch mal fair. Alter Scheiße! Uah! Achso, okay. Megafon weg. Wuhuu! Also, irgendwie erinnert mich die Level an was. Aber ich weiß gar nicht an was. Aber ich habe irgendwie so eine dumpfe Vorahnung, was für ein Boss wahrscheinlich noch kommt. Wenn ich diese... Das ganze Zeug hier noch sehe. Windräder? Ja, was, was, was? Schön. Ich kriege mal ein Upgrade und einen Stab. Ich hätte gern die O-Trap. Danke. Oder was immer da schon steht. Nee! Yeah! Noch eine? Das werden ja immer mehr. Hui, 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 hui. Ich finde es ja jetzt nicht sonderlich nett. Das sind nämlich viel zu viele Pinguine. Und diese Trommelpinguine dann nerven ziemlich. Die schießen mit... Äh... Masken. Ich will das gar nicht bis hier herunter kommen lassen. Deswegen interessiert mich das auch gar nicht. Aber es schaut sehr nach einer Maske aus. Tango-Masken. Fügt einfach mal euren, an, an Fluch eures Beliebens ein. Huch! Huch! Dieser scheiß Trommler! Hey, musste das jetzt sein? Ah! Hehehe. Krutz! Fieps! Ich bin lieb! Ich bin lieb zu euch, also seid doch lieb zu mir. Und lasst meine komische Schüssel vorne in Ruhe. Huch! Der Schuss ist abgedreht. Ich glaub, dass die hier sind. Wie in der Gesicht auf der Suche? Da war's der Leuchttur, der rivaliert die ein. In der Suche? Und was ist das? Zuhh, vielleicht drückt die auch noch. Das sieht irgendwie komisch aus. So, was haben wir denn da? 2 Coilkarpfen. 3 Coilkarpfen. Und ihr schießt mit Coilkarpfen? Ich bin begeistert. Ich will meinen Ripple wieder haben. Ich will meinen Ripple wieder. Huch, mein Gott, der kam schnell daraus. Chocolat? Tja, ihr Scheiß-Koys, jetzt können wir nichts mehr anstellen, ne? Äh, so. Wo? Ollech! Ey, du! Also, wow. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Scheiß Viech. Unglaublich, es geht ab. Diesmal nicht. Hä, was war das jetzt? Sooo, letzter Karpf im Tod. Oh, sind wir jetzt im Steampunk? Megusta Mucho. Der da hinten spielt Orgel oder was? Fächer! Freispiele! Äh, ne, warte mal, ein falsches Spiel. Oh Gott. Verdammt, ich hätte jetzt meinen Ripple wieder haben können, ne? Dafür sorge ich. Ich will meinen Ripple. Was seid ihr denn? Also, ich bin auf jeden Fall ein dickes Schwein. Äh, du willst sagen, ein dicker Oktopus. Oh Gott, halt die Klappe. Ich möchte euch töten. Huch! Jawoll, Schüsselchen. So, und ich denke mal, nach Padrodius werde ich mal wieder... Was zum Teufel ist das für eine Musik? Ähm, vielleicht ein Mario machen. So, danke. Bei Mario... Ach, ich hab's gewusst. Oha! 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 Wer kennt sie nicht? Die ist ja bis jetzt irgendwie in jedem vorgekommen. Swing, swing, swing! Gott! Upp! So weit ich weiß, ist die unsterblich. Und deswegen warte ich jetzt einfach mal mit meiner Schüssel auf der Schnauze da vorne. Oh, die ist schon weg. Oh, richtig. Huch! Meine Güte. Ah, gerade schon wieder ein Dojo. Aber bitte lass das nicht so was wie Goemon sein, weil Goemon war furchtbar langweilig. Und bitte nicht mehr so einen komischen Geisha-Transvestiten-Typen, weil der war schwer. Und jetzt wieder ein Gerätpick. Äh. Das Musik hört sich jetzt gerade an wie so ein altes SMS-RPG a la Secret of Evermore. Hey. Okay, jetzt nicht mehr. Jawoll, trainieren. Ein, zwei, ein, zwei, ein, zwei, und hoch, runter, hoch, runter. Papagabang, heute noch was mein Highlighter! So viele Pinguine... Ja, das ist wahrscheinlich der letzte Boss. Ah. Ich war heute noch nicht aufm Klo. Ich schieße mit Watte auf euch. Lächerlicher Endboss. Aber das kennen wir ja von Tarodius. Ich... Der war echt so schwer. Ich bin richtig platt. Ich... Ich kann endlich was trinken. Ich hab's durch! Ich hab keine Ahnung, was da steht. Aber irgendwie so was wie... Juhu! Oktopus! Gangster-Oktopus, yo! Oh, mach mal ne Bombe wieder. Hat die... Mein Zeug gegessen. Das ist eigentlich lächerlich. Man reist durch diese ganzen Welten nur, um was zu essen. Zumindest soweit ich das gesehen hab. Ich kann ja kein Japanisch. Ich kenn die Story von diesem Spiel nicht. Ja, das war... Jig... Jigio Parodius. Jigio Schaperi Parodius. Meine Güte. Für mich wird's jetzt Zeit, ins Bett zu gehen. Es ist gleich zwei. Und ich muss morgen... Heute raus. Ich hab Frühschicht. Passiert da noch irgendwas Spannendes? Ich glaub's nicht. Außer, dass mein kleiner Oktopus hier rumfliegt. Was war Beschleunigen in ZNES? Ich hab's vergessen. Fast Forward. Irgendwie. Ne, das war Backwards. Das da? Ah ne, da drück ich jetzt lieber mal nicht drauf. Na, la, 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 la. Abbrechen. So. Das war's. Ich hoff... Ja. Es hat euch gefallen. Verrückt genug war's, ja? Gut, es geht scheinbar weiter. Also wieder wahrscheinlich von vorne. Aber ich seh's an meinen Punkten. Also dann. Wir sehen uns bald wieder zu einem neuen Projekt. Vielleicht wird's... Also ich denk mal, es wird wieder ein Mario-Spiel und ja... Wird sich zeigen. Vielleicht entscheide ich mich auch noch um. Also dann. Ich wünsch euch mal schon mal eine gute Nacht. Oder guten Morgen, bis das schon mal hochgeladen ist. Aber wenn das oben ist, bin ich auf der Arbeit. Also dann. Bye, bye. Bye.